Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu meiner vierten Let's Play Reihe von Link's Awakening. Wir sind jetzt an der Teufelsvilla angekommen. Bevor es jetzt losgeht, schneide ich euch mal den Fundort des Schlüssels mit rein. Für die Leute, die vielleicht den Schlüssel noch nicht gefunden haben, damit ihr wisst, wo der Schlüssel zu finden ist. Oh, da ist der Schlüssel. Der Schlüssel zur Dungeon. Na, dann können wir doch jetzt ins Schloss, wollte ich gerade sagen. Oh, da ist er noch gleich hier. Los geht's! Wir müssen jetzt noch einen kleinen Umweg machen, damit wir überhaupt in diese Dungeon reinkommen. Hier ist nochmal der Fundort, einfach mal so von hier aus gezeigt. Ja! 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 Was? Also, das ist das Schluss. Jetzt der Schlüssel, oder? Ach nö, nö, ist klar. Okay, da brauche ich einen Schalter. Gut, warum ist das hier umrandet? Okay, naja, hätte ja sein können. Na, fangen wir mal unten an. Beame dich doch mal weg. So, hier ist der Schlüssel. Wo kommst du her? Ich kann es nicht sterben, das Käse. Nein, ich wollte doch nicht da hoch, zurück. Ah ja, es gibt trotzdem nichts. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, hier ist der Schlüssel. 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 Okay, wo geht es hier hin? So, hier ist der Schlüssel. Okay, hier ist der Schlüssel. So, hier ist der Schlüssel. Kein Schlüssel, nix. Okay. Dann gehen wir erstmal nach oben. Oh Gott. Ne, wir gehen erstmal weiter. Boah, hier ärgert mich echt, ey. Bäm. Bäm. Oh, gleich bald gleichzeitig. Richtig cool. Okay. Das macht echt Spaß. Okay, hier haben wir noch keinen Schnabel für die Eule. Okay, okay, okay. 50 Rubine. Eine Sackgasse, toll. Ich bin noch grad, ja okay, also muss ich als nächstes nach links. Ach ne, hier war ich ja schon. Hä? Ach ja, hier bin ich ja auch noch gar nicht lang gegangen, oder? Da ist noch ne Tür. Haha. Das ist ja witzig. Oh, 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 oh. Jetzt wird der Energie knapp. Sehr gut. Der Kompass. Und da haben wir schon wieder einen. Ach ja, das ist ja die rissige Seite von der anderen Seite. Die rissige Seite von der anderen Seite, alles klar. Halt, dry zusammen. Nester Schlüssel. Oh, die Fee kommt mir extremst gelegen. Da flüchten wir mal. Da oben war ich auch noch nicht. Ok. Ich vermisse irgendwie noch den Eulenschnabel. Wo hatte ich denn die Auswahl zwischen den mehreren Türen? Jetzt stehe ich leicht auf... Ach ja, alles klar. Ok, jetzt gehen wir erstmal hier lang. Ah ok, ok, ok. Nächster Schlüssel, sehr schön. Da sind überall so ne rissigen Wände, bist du da nicht sicher? Was du nehmen willst. Ok, jetzt haben wir den Schalter frei. Und jetzt müssen wir erstmal hier hoch. Genau. Na, das habe ich mir doch jetzt gedacht. Ok. Ok. Ich fürchte dich nicht. Lauf wieder Wind und fliege. Ok. 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 Ich check' nicht. streams fairs, ne? Das war der Erste? Hey. Reicht's? Ah. Perfekte Taktik. Oh, weh, du fällst runter. Sehr schön. Echt geil gemacht. Okay, wir müssen als nächstes, ich würd sagen, hier lang. Den Schnabel haben wir ja jetzt. Hier war doch ne Eule, genau. So, rühre mit ausgestrecktem Schwert verdächtige Stellen in der Wand und achte auf das Geräusch. Ach so, meinen die das? Okay. Okay. Hier war ich schon. Willst du die gepanzerten schwarzen Kreaturen bezwingen, gibt es ihnen, gibt ihnen explosives Futter. Okay. Wir müssen hier lang, alles klar. Okay, das sind sie doch. Hier bitte in meine Richtung kommen. Los. Hier, ich hab' ich gerade mit dem Kopf ge... ge... gen... na, nicht genickt. Also das Gegenteil davon. Dann. Sehr schön. Na, okay, die brauch' ich ja jetzt nicht mehr, die Fee. Oh, was haben wir denn hier? Du hast die Pegasusstiefel erhalten. Halt der L gedrückt, um zu sprinten. Beim Sprinten springst du auch weiter. Ah, ja. Okay. Okay, okay, okay. Das war doch hier der A-Härteste Abgrund. Oh, nein. Da muss aber das Timing stimmen. Na, tolle Wurst. Sehr schön. Der Master-Schlüssel. Jetzt müsste ich da mal gucken hier. War ich ja eigentlich überall schon? Da ist noch eine Tür. Ach, und da auch. Okay. Da müssen wir doch mal gucken. Na, verdammt. Geht doch. Links. Stopp. Ach, wir haben ja noch zig Schlüssel hier. Hier sind ja auch noch Schlösser, aber ich glaube, das macht noch keinen Sinn. Das sind mehrere Schlösser. Wir gehen jetzt, wir gehen jetzt nach... Ja, oben, genau. Oh, mein Gott. Nein. Meine Fresse, was geht denn? Das ist aber schwer. Okay. Schnell, 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 schnell. Gott sei Dank. Ach, die Mühe wegen dem Schlüssel. Mega. Stopp. Brüch dich, brüch dich, brüch dich. Ich habe keine Ahnung, warum der das macht. So, wo muss man... Ach, jetzt bin ich einmal hier. Da ist nämlich noch ein... Eine Kiste. Stopp. War hier nicht auch irgendwie... Ah ja, ist klar. Da. Ach, jetzt ist ja zu. Das glaubst du doch nicht. Ich sag doch, da ist... Da muss noch irgendwas kommen. Aber was? Ich habe es noch nicht genau gerafft. Was? Ach, hier gibt es ja auch noch... Ach ja. Den hätte ich ja fast vergessen. Das ist so geil. Das Geräusch fett. So, was haben wir hier? Ach, jetzt bekomme ich die Karte. Jetzt, wo ich fast... Wahrscheinlich komplett durch bin. Stopp mal. Wie schaltet man hier durch? Okay, oben und unten. Ah, das Dungeon macht mega, mega Spaß. Ach, die habe ich... Die habe ich noch gar nicht getötet. Okay. Jetzt habe ich mich aber immer stark gewundert. Oh mein Gott, was ist das denn? 300 Rubine. Na, meine Fresse, das... Wenn sich das nicht gelohnt hat. Na, jetzt haben wir doch alle Kisten. Jetzt können wir doch... Da sind die vier Schlösser. Vier Schlüssel haben wir. Okay. Ich muss noch ein paar Herzen hier irgendwo herkriegen. Hier müssen wir rechts. Bam. Unter Hoffnung, hier noch Barzen abzukassieren. Das klappt nur leider nicht so richtig. Naja. Die wollen mir keine Herzen geben. Unfassbar. Da wäre noch eine Möglichkeit. Ach, das wird schon klappen. Okay. Das ist ja geil. Okay. Komm raus. 600 Rubine schon. Krass. Das ist schon geil. Oh, das kann man gelegen. Sehr, sehr schön. Gut, das ging jetzt aber schnell. Komm her. Das wird wieder voll. Sehr schön. Okay. Alle Kisten haben wir. Dann. Ach, das ist schon der Endgegner. Na klar, weil das Zentralschloss. Ich erst. Na, jetzt bin ich mal gespannt, was hier kommt. Ein Riesenblub. Oder? Ach, alles klar. Nice. Gigasul. Gigasol. Das hat ja immer aber keinen Schaden. Aber? Das sieht ja geil aus. Moment. Ah. Ahh. Ulb. Ah. Irgendwie. Ach, alles klar. Jetzt wird es aber auch mit der Energie langsam schwierig. Das ist ja geil. Aha. Ernsthaft? Das war's? Okay. Ich habe jetzt mit ein bisschen mehr gerechnet, würde ich ganz ehrlich sagen. Aber muss er auch erstmal auskriegen mit dem Schwert. Neuer Herzcontainer. Das dürfte jetzt die 8 sein. Sehr geil. Okay, weiter geht's. Ist das eine Glocke? Ja. Du hast das Nixenglöckchen erhalten. Na sehr schön. Okay, okay, okay. Okay, okay. Im Wasserfall ist es versteckt. Okay, gibt es irgendeinen Wasserfall, wo irgendwas versteckt ist? Alles klar. Da kommt noch die Eule. Das hören wir uns noch an. Okay. Geh nun zur Durstwüste. Ihre Einwohner werden dir den Weg weisen. Ich sage nur, uhu. Alles klar, Leute. Das war schon die vierte Folge meiner Let's Play-Reihe von Links Awakening. Ich hoffe, ihr schaltet bei der fünften Folge auch wieder ein. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr neu seid und keine weitere Folge verpassen wollt. Es würde mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bei der fünften Folge. Haut rein. Ciao.